Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 5. April 2022 und es ist immer noch recht warm in der momentanen Eiszeit. Also, wir hatten gestern da schon drüber gesprochen, von wegen ab 1.4. kein Gas mehr und so weiter, riesen Panik, große Aufregung, man hat schon teilweise auf diversen Nachrichtenseiten gesehen, dass mit den schlimmsten wirtschaftlichen Einbrüchen zu rechnen ist seit dem 2. Weltkrieg oder irgendwie sowas in die Richtung stand überall und naja, man muss da sagen, so ganz so schlimm sieht das mal gar nicht aus, man soll es nicht früh loben, da kann ja immer noch alles kommen, aber wir müssen jetzt erstmal die Ist-Situation bewerten und da scheint sich nun ein bisschen zu zeigen, dass hier doch Ende letzter Woche einiges heißer gekocht wurde, als es dann tatsächlich auch gegessen wird. So, wir haben im DAX beschrieben ein paar Szenarien, wie er sich denn nach unten lösen kann, was er machen muss, um nach oben zu kommen und das Wichtigste war ja eigentlich, dass wir gesagt haben, um unten rauszukommen, muss er eigentlich früh schön rein starten, früh eine schöne Spitze am Morgen reinsetzen, in die 5. 30, 45 rein, sich dann schön hart nach unten drehen und dann hätte er eigentlich das Potenzial, sich nochmal richtig nach unten durchzuschießen, das erste Gap zuzumachen, das zweite Gap zuzumachen und so weiter und so fort. Was haben wir gesehen? Wir haben genau das gesehen. Auf den Punkt, zeitlich ein bisschen versetzt, aber trotzdem sehr akzentiert. Wir haben ein ganz markantes Morgenhoch gehabt, von dem er sich weggedrückt hat. Er hat dann richtig nach der X-4-3-Öffnung durchgeschoben, hat hier sogar unten das erste Gap schon zugemacht, also das hier ist tatsächlich schon zugegangen. Ja und dann war plötzlich einfach Luft raus halt, ne? Dann war komplett Ruhe und sind die Amerikaner reingekommen, haben ziemlich positiv gehandelt und dann hat sich unser DAX wieder nach oben zurückgesogen und hier wieder an das Tageshoch angesaugt und ist dann dort auch aus dem Handel rausgegangen. Also in dem Sinne, eine Tageskerze, die brauchen wir uns nicht angucken, das sieht man, wie die aussieht. Und die hat einfach mal eine mega lange Nunte unten dran, ne? Hier haben wir eröffnet, da haben wir geschlossen. Das ist die ganze Tagesbewegung gewesen. Und genauso wie wir das kritisch bewerten müssen, wenn unser DAX Tagesgewinne wieder abgibt, müssen wir auch kritisch würdigen, wenn unser DAX Tagesverlust entschalten kann halt, ne? Und hinten raus wieder hochgezogen wird. Also an sich, das ist jetzt kein Ross-Case-Szenario, was er hier jetzt schattlich nicht abspielt, ne? Es ist nicht so viel Stress drin, wie das vielleicht übers Wochenende wirkte, wie das vielleicht Anfang Montag wirkte und zur Eröffnung wirkte. Und das bringt natürlich jetzt dem Dienstag ein bisschen mehr Entspannung einfach in die Karten rein halt, ne? Das heißt, diejenigen, die da am Montag jetzt früh auf der ersten Minute verkauft haben, überlegen sich jetzt vielleicht, naja, war das denn jetzt überhaupt so sinnvoll, was ich da getan habe? Aber meine ersten Positionen laufen mir jetzt schon ins Minus, das war jetzt nicht die Erwartungshaltung, die ich hatte vielleicht, ne? Und lösen vielleicht die ersten Positionen wieder aus, realisieren im Minus, ne? Und das drückt dann Shorts etc. nach oben raus und da könnte der Dienstag schon noch ein bisschen nach oben drücken. Also ich würde dem Dienstag das schon zusprechen, dass wir hier jetzt den Satz einfach noch drüber machen können über das Montagshoch und dann gerne rein in die 6,30 hier. Und die sieht recht markant aus. Wir haben dann hier diese alte Abwärtsrendkante bei 6,95, also knapp 700 rum. Auch sehr markant, ne? Ähm, wäre auch völlig legitim, wenn unser DAX an einer der beiden Marken gar nicht so brachial dann durchrennt und jetzt hier schon 750 und 800 abklappert, sondern einfach erst mal nach reingeht und sich dann an den Marken langsam runterhangelt, bis seitwärts macht, so wie wir das die letzten Wochen gesehen haben, ne? Im Ende sind wir eigentlich nur in der Vorwochen-Range jetzt hier einmal hin und her gesprungen, ne? Wenn ihr das seht hier, diese alte Range, in der wir hier immer gehandelt haben zwischen 14.500 und 14.200, letztendlich ist es genau das, was er hier jetzt weitestgehend abgesprungen hat, beziehungsweise die ist ja höher, ne? Die ist ja hier fast 550, war glaube ich immer so Range, Oberkante, ne? Und 200 unten und dazwischen ist jetzt rumgesprungen. Also so richtig Trend, ein Aufwärtstrend ist das jetzt hier noch nicht, ja? So richtig krass Abwärtstrend ist es jetzt auch nicht mehr, weil wenn man jetzt hier Abwärtstrend dienen ziehen würde, ist er einfach raus. Wir kriegen jetzt die ersten höheren Hochs rein, wir haben schon höhere, in Anführungsstrichen, höhere Tiefs drinnen stehen, so ganz trifft es das nicht, weil es ist fast ein Doppelboden eigentlich, aber von daher würde ich schon sagen, also Chart-Schnecke hat er entspannt am Montag und ich denke, das wird man am Dienstag merken, sodass der nochmal einen Satz oben drüber probieren kann, rein in die 6.30, 700 vielleicht, das wäre im konservativen Sinne so interessante Anlaufmarken und wenn er natürlich richtig gut drauf ist und hier gleich am Morgen richtig nach oben durchplaut, dann sind auch 57, 800, das ist hier der Gap-Close bei 8,60 ist auch drin, ne? Warum nicht? Also da spricht nicht viel dagegen jetzt gerade in dem Moment hier, ne? Der hat ja jetzt einfach zu viel Schwäche rausgenommen. Er hat schon am Freitag Schwäche rausgenommen, ja, vom Donnerstag und vom Mittwoch, da hat er ein bisschen deeskaliert einfach. Zum Montag hat er nochmal versucht, volle Kanne loszueskalieren. Der hat genau das gemacht, was Verkäufer, also die Verkäufer haben exakt sich richtig verhalten, aber sie wurden einfach nicht getragen, ne? Sie wurden vom Markt dann nicht weiter getragen und einfach umgedreht. Und das Signal, das Fähsignal letztendlich, was dabei entstanden ist, das sollte man halt auch wahrnehmen. Und deswegen würde ich schon sagen, ein Risiko jetzt eher zum Dienstag nach oben, sollte natürlich jetzt direkt nach unten runter starten und wieder zurückkommen. Dann bleibt erstmal die Range hier bestimmt, naja, wir sollten davon ausgehen, dass er dann hier in der Spanne einfach nochmal zurück eiert. Sollte er denn tatsächlich unter 5.60, unter 5.30 handeln, darf er gerne wieder zurück zur 5.400, also zur 14.400, na, das wäre dann wieder Anlaufstelle Nummer 1, zum erneuten aufdrehen dann dort auch wieder. Und wenn er jetzt nach oben drückt, wie gesagt, die Marken hier rein. Wir können auch kurz in den Tagesstadt reingucken, aber ich denke, dass er selbst erklärt, wie die Kerze aussieht. Die kann nicht anders aussehen, na, und von daher ist zwar auch noch in der Range der Vorwoche, sieht jetzt aber nicht ganz so nach, ähm, naja, sieht nicht ganz so nach, Drama, Panik und Stress aushalten, ne, das ist schon eher mehr ein kleines Entspannungssignal, was er gesetzt hat. Und so würde ich den Montag jetzt auch werten und deswegen gucken wir mal für den Dienstag, wie er hier jetzt in die, in die nächsten, äh, Widerstände einfach reinläuft. Ja, gut, dann macht mal hier zu, wünsche euch viel Erfolg am Dienstag, hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.